Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier in Lütz, wir haben uns mal wieder getroffen und wir wollen heute das Spiel Nordirland gegen Deutschland tippen. Mein Tipp, guck ich mal gerade, ist 0 zu 1. Mein Tipp ist 1 zu 1. Ich habe Hoffnung. 2 zu 1. Und ich sage ein knappes 2 zu 1 für Deutschland. Ich denke, da die Nordirländer mal richtig Gas geben, die Deutschen, ja okay, die müssten eigentlich Ori winnen, aber ich glaube, die haben letztes Mal, ja, die haben aber letztes Mal nicht so ganz stark gespielt, deswegen sage ich ein knappes 2 zu 1. Ich hoffe natürlich, dass sie Ori winnen, aber irgendwie ist es mein Tipp, ist halt 0 zu 1. Euer Tipp habt ihr schon abgegeben. So, wir sind in Lütz, schönen Blick, könnt ihr mal nach hinten werfen. Der letzte Ausblick hier. Also Pion ist hier schön, gell? Ja, ich weiß. Ich bin, lass mal los. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Kommt mal wieder auf den Boden. Wo wart ihr? Wir haben so einen Meter lange Stange dran, deswegen hat der gerade einen halben Meter die Kamera nach oben befördert. So, ich hoffe, euch geht gut und ihr gebt wieder Tipps ab, die tue ich wieder gerne beantworten. Der ist wieder da dran am Mengen. Der Mann hat keine Ruhe einfach. Nee, ist das schlaue Büchlein. Gebt noch was zur Sache? Nö. Nix mehr zur Sache. Gebt gleich mal weiter auf uns, abonniert nicht so was. Okay. Und schön weiter teilen und schön Kommentare abgeben. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß bei der EM und wir sehen uns im nächsten Video. Hier, das war dann hier aus Lütz, gell? Ja. Man sieht sich. Macht es gut. Danke, dass ihr da seid. Danke für das Angucken. Ciao. Ciao. Macht weiter so. Wir auch. Tschö. 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 Schö.